Die Kunstszene ist doch ein exklusiver, elitärer, kleiner Zirkel. Tja, vielleicht hören Sie etwas. Halten Sie einfach die Augen für uns offen. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar dafür. Jeder kennt Edward Wilm in Hongkong. Er ist Konzert- und Kulturveranstalter, ein Club- und Casino-Besitzer, Geschäftsmann, Kunstliebhaber, Playboy. Die Diskretion gehört zu unserem Geschäft in Hongkong. Ich war da. Du? Und dein ist die Club. Viktoria. Nun habe ich gewartet. Es gab Verhaftungen wegen Mordes. Unter anderem dieser Edward Wilm. Du hast dich doch geschäftlich mit ihm getroffen. Ich habe eine Nacht mit ihm verbracht. Was? Ich werde das nötigenfalls auch in einer offiziellen Aussage vor Gericht bestätigen.